Das Ding ist so groß wie ein Mountain. Es ist sehr kalt. Es ist weit entfernt von der Erde. Es ist weit entfernt von dem Sonnen. Es ist auf dem Planeten. Wir haben nie flogen. Eine spacecraft war Komet. Wir betreten in vielfältiger Hinsicht Neuland in dieser Mission. Wir bleiben dort. Wir orbiten dort. Um dann im November 2014 den Land der Fiele abzusetzen. Das ist das, was wir schauen. 50% der Komete werden aus Material wie dieser. Wahrscheinlich könnte das Wasser auf die Erde durch die Komete geliefert werden. Ob es wie Schiet-Eis ist, oder es ist mehr kaltes Eis. Deshalb gehen wir an diesen Komete, um zu sehen, wo das Wasser kommt. Um zu sehen, ob es mit der Erde verbunden ist. Der Grund ist wie das Wasser kommt. Der Grund ist für Wissenschaft. Der Grund ist für Wissenschaft. Wir tun das, um die beste Wissenschaft, um das beste Wissenschaft zu verhauen. Wir haben das mit dem Komet, was das bisher nicht so gemacht wurde. Wir haben das Jahr mit den Kollegen der Land der Team, die Kollegen von der Kness und der DLR, um die Strategie zu arbeiten. Um sie zu definieren, um sie zu einem, um sie zu schützen, um sie zu regeln, um sie zu schützen, um sie zu stoßen, All the constraints and the objectives we have for this operational phase. And now we have to implement it for real. Time has come to make it happen. Thank you so much for saying thank you.